In Zeiten der Krise ist es ganz wichtig, Ruhe und Gleichmut zu bewahren. Wenn wir Europäer an Ruhe und Gleichmut denken, denken wir meistens an unseren Geist zu beruhigen. Deswegen gibt es ja auch solche Scharlattane da draußen, die uns versuchen, mit irgendwelchen falschen Informationen unseren Geist, unsere Angst zu beruhigen. Nein, es gibt kein chinesisches Kraut, das die Coronavirus heilen kann. Massenmeditation wird es auch nicht helfen und noch immer gibt es kein Medikament. In japanischen Kampfkünsten spricht man von Gleichmut und von Ruhe, von Haltung. Dabei geht es um die Körperhaltung und um die Geisteshaltung. Nach 30 Jahren täglichen Trainings hat sich für mich eine unumstößliche Wahrheit herauskristallisiert. Nämlich Körper spricht Seele, Seele spricht Körper. Das heißt, wie sich unser Körper fühlt, zeigt sich im Ausdruck unserer Seele, unseres Geistes und wie sich unser Geist und unsere Seele fühlt, zeigt sich im Ausdruck des Körpers. Wir reden also heute über Haltung. Haltung wird im Jaban schon übersetzt mit Regisaho. Regisaho heißt übersetzt Etikett, meint aber nicht das richtige Benehmen, sondern stellt den Anfang jeder alten traditionellen Kampfkunst dar. Die richtige Haltung. Dabei geht es um Geisteshaltung und um Körperhaltung. Wenn wir Geisteshaltung nicht trainieren können, weil wir nicht wissen, wie das geht, dann wird das trainiert über Körperhaltung. Denn, wir haben vorher gehört, wenn der Körper aufrecht ist, ist auch der Geist aufrecht. Sie alle kennen ganz sicher den Zustand, im Büro zu sitzen oder jetzt in der Krise als Couchpotato vom Fernseher. Wenn Sie den ganzen Tag liegen, werden Sie immer müder. Sie wohnen sich, warum Sie in der Früh aufstehen und nicht fit sind, weil Ihre Haltung Sie zum Schlafen zwingt. Aufrechte Haltung, aufrechte Sitzen zwingt zur Konzentration. Deswegen gibt es das Zen, das nach 1500 Jahren Forschung nach Japan gekommen ist und heute fälschlicherweise als Meditation verstanden wird. Wie überhaupt? Meine Kampfkunst ist nachweislich 800 Jahre alt, aber natürlich hat es davor noch unzählige andere Kampfkünste gegeben, die leider Gottes heute schon ausgestorben sind. Kampfkünste aus Japan kommen prinzipiell aus China. Und in China gibt es sie schon mehr als 3000 Jahre. In einem Zeitalter vor Facebook, Instagram und Internet, sprich in einem Zeitalter ohne Ablenkung, konnten die Meister der Kampfkünste ihre Augen mehr ganz in die Kunst vertiefen und fanden daher Übungen heraus, die unsere Geisteshaltung und Körperhaltung schulen. In den Jahrtausenden haben sich diese Übungen immer mehr perfektioniert und heute, im 21. Jahrhundert, verfügen wir über ein Sammelsure von Übungen, die so perfekt ausbaldohlen sind, dass wir mit einer Leichtigkeit und mit einer Kürze an Zeit die richtige Geistes- und Körperhaltung lernen können. Denn, das ist der Anfang. Der Anfang ist Haltung. Ein zweites Faktum, das wir annehmen müssen, auch wenn es uns nicht passt, ist der alte Spruch, Kleider machen Leute. Wir können ja nicht im Anzug Sport machen, wir können ja nicht im Sport in einem Business-Meeting sitzen. Ein Koch sollte in der Kochschürze und mit seinem Kochhut kochen und jemand, der Kampfkünste trainiert, sollte das richtige Gewand dazu anerziehen. In Japan heißt dieses Gewand Dogi. Nein, nicht Gi, sondern Do-Gi. Do ist der Weg, Gi ist das Gewand, also das Gewand des Weges und damit ist schon der Kreis geschlossen. Für jeden Weg gibt es ein spezielles Gewand. Also, bevor wir weitermachen, müssen wir uns richtig anziehen. Beginnen wir also mit unserer Übung Haltung. Meine Kampfkunst ist nachweislich 800 Jahre alt, aber selbstverständlich gab es vorher in Japan noch unzählige Kampfkünste, die leider ausgestorben sind. Kampfkünste wurden nach Japan importiert aus China und dort wurden sie schon vor 3000 Jahren praktiziert. In einer Zeitung der Ablenkung hatten die Meister ausreichend Zeit, sich ganz in ihre Übungen zu vertiefen und fanden daher Übungen, die uns schneller zum Ziel bringen sollen. Heute geht es um die Übung des richtigen Stehens. Was ist das allererste, das ein Baby lernt, wenn es auf die Welt kommt? Richtig, atmen. Durch den Klaps auf den Hintern fühlen sich die Lungen. Unser erster tiefer Atemzug, unser erster Schrei. Wir sind im Leben angekommen. Danach benutzen wir unseren müden Körper, alle unsere Muskeln zur Nahrungsaufnahme. Irgendwann sind wir so stark, dass wir beginnen zu krabbeln. Und aus einem bis heute nicht ganz erfindlichen Grund wollen wir uns aufstehen. Wir stehen auf, fallen hin. Wir stehen auf, fallen hin. Alle wollen aufstehen, keiner will hinfallen heute. Dabei gehört das Stehen und das Fallen zusammen. Yingya. Das Leben besteht aus Stehen und aus Hinfallen. Ein Mensch, der aufrecht steht, ist ein Mensch, der aufrecht denkt. Ein Mensch, der aufrecht denkt, ist ein Mensch, der aufrecht spricht. Ein Mensch, der aufrecht spricht, ist ein Mensch, der aufrecht handelt. Konfuzius. Also, wie stehen wir richtig? Zwischen unseren Fersen und den Hühner, ein Plastikroßen, Zehne, die zeigen auf 10 und auf 2 Uhr. Wir haben den Nabel angehoben, wir haben die Schultern nach hinten gerufen, das Kinn leicht angezogen. Wir gehen locker in die Knie, die Knie sind immer genau über den Zehen und wir stellen uns die Frage, auf wie viele Punkten steht der Mensch? Manche sagen 10 und meinen die 10, aber ich kann meine 10 heben und trotzdem noch stehen. Manche meinen 2 und meinen die Sohlen. Nein, nehmen Sie meine Frage wörtlich, auf wie viele Punkten steht der Mensch? Es sind 6 Punkte und diese 6 Punkte bilden jeweils ein Dreieck. Deswegen ist im Japanischen das Dreieck eine nicht unwesentliche geometrische Form. Also noch einmal. Die Schultern sind nach hinten geräumt, der Nabel ist leicht angehoben, das Kinn ist angezogen, wir sind locker in den Knie, zwischen den Fersern der Hühnerplatz, die großen Zehne, wir gehen zeigen auf 10 und auf 2 Uhr, die 6 Punkte sind gleichmäßig belastet, das bewerkstelligen wir mit der Hüfte. Jemand, der aufrecht steht, kann ohne weiteres ein Buch auf seinem Kopf balancieren. Sagen wir 10 Minuten, das wäre mal ein Einstieg. In diesem Sinne, ich warte auf Ihre Challenge, schicken Sie mir Ihre 10 Minuten, ich kann ein Buch balancieren, Videos mit der richtigen Halterung. Bis zum nächsten Video. Hai. Arigato gozaimasu. 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 Untertitelung des ZDF, 2020